Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TTT Ich bin Juli von Yu-Shanou Ich bin Charlie von Yu-Shanou Die lachen mich aus Und ich bin Ben Hallo Ben Ah, ich bin auch ein Idiot Auf die Kletze fertig los Ich hab vergessen Webs zu starten Ja, geil Was läuft aber gerade auch noch, ich hab auch noch gerade Probleme Wir haben hier eine neue Map, die wir alle noch nicht kennen Ich hab so einen Hintergrund so laut, dass ihr so leise seid Und ich hab gerade eine eine Statue erschossen Ne, eine Büste Eine Büste Büste Warte, ich mach mal eine Option, den könnt ihr mal reden? Hi Na, schnuckigchen Und weil es geht Aber geil, hier kann man rankauffiltern Du, die, du, du, die, du CD-Word Yeah, yeah, yeah Nein, hab ich nicht Kenn ich heute gar nicht mehr Fasten CDs Na, 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 na Das sind Sachen von damals Ich hab ne Grog am Start So, auch bei mir herzlich willkommen zurück Ähm, meine Aufnahme ist gerade abgeschmiert gewesen Bzw. der Sound Ja, das geht ja Die Soundaufnahme Extrem geil los Mach mal, ich kann nicht Aber du bist jetzt mit drin, oder? Ja, ja, ich bin jetzt mit drin rum Ja, ja, ich bin jetzt mit drin rum Ich bin auch bei, ich muss gar nicht abknallen Ups, na, 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 na Phil, ich mein, was hast du da auf der Brust? Hä? Oh, nee, du hast da irgendwas auf der Du hast, nein, du hast da synchronisches Snusch, du hörst mal als Stehen, Mensch Achso Pflader Wir wollen mal gucken, was du auf da deinem zeichen vas 60 Deiner totenschädel Was? Du auch, du auch, du auch. Wenn ich meine Warte wegwerfe, bleibe ich mich nicht gerade an. Äh, ups, das war F. Nein. Voll die Kuffmusik. Der Herr hier, der möchte Kastrien mal. Stab aber nicht. Hey, kannst du nur... Ich hab ein bisschen durchgeschossen. Ich hab dich durchgeschossen. Lass mich gerade... Rock'n'Rufe holen. Charlie. Halt dich zurück. Ich kann einen hinter dir jetzt nicht schauen. Ihr guckt mich die ganze Zeit an. Ja, mach mich doch. Er liebt mich. Ich weiß, dass ich es nicht sein kann. Ich rein hinter dir her. Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon. Ach ja. Ist echt schlimm mit Charlie. Dann glaub ich mal nicht, dass... Dann bleibe ich mir einfach so meine Waffe weg. Wer lebt eigentlich alles noch? Alle, glaub ich, oder? Also, ich hab bisher noch keinen getötet. Na, Dennis? Dennis? Ich hab da hinten... Das war jetzt... Na. Ah, du warst später, oder, Juli? Ich war's aber nicht. Mann, da war ich da so fleißig hochgerückt, ne? Ich wollte nur sagen, wehe, Freundchen, und dann hat er mir schon abgeschossen. Ja. Ich hab's gesehen, aber ich war's nicht. Ich seh dir hinten die Leichnau, du da bist vorbei, deswegen hab ich... Ich war's. Schnell ge... Oh, Leute. Stopp. Haltet. Und ich hab erst überlegt, ob ich noch konfirmen geh, damit's nicht so... Du wurdest getötet von deiner tollen Uhr, Juli. Ah! Ich liebe diese Uhr. Die ist einfach toll. Die ist super, ich liebe sie. Mhm. Meine Uhr bringt sie alle um. Dennis schießt die ganze Zeit auf mich. Das sind alles 2D-Dinger hier, deswegen guck dann immer alles an. Und kaum sieht Charlie ein Penis, der sich in die Hörnern, schon verrascht es total aus. Also ich hatte auch gehört, dass der so hinterhergerannt ist wie der. Ich mein... Oh mein Gott. Der ist ja nackt. Und das siehst du gleich als Liebesbeweis und möchtest sofort selber auch ziehen. Stell dir vor, du gehst so in der Stadt spazieren und dir läuft so ein nackter Penis hinterher. Dann wirst du auch durchdrehen. Zwar in einem anderen Dings, aber... Die bewegen sich. Das stimmt. Die bewegen sich. Du würdest auch anders reagieren. Ja, nicht wahr? Oh, okay. Dann würdest du auch nicht so... Oh, schön. Dann würdest du auch springt dahin, laufen und haben. Oh, nein. Äh, hier ist Blut. Ist das noch von Enno? Ja, auch. Das kann gut sein, ja. Wenn, ich schwöre, wenn ich... Du Arsch. Du bist schuld. Der hat mich runtergeschubst. Okay. Kann es sein, dass... dass Charlie wieder... äh... jemanden braucht? Nö, das ist es nicht. Wenn sie sagt, dass... Mach dir darum keine Sorgen. Lachen zu laut. Ich weiß gar nicht, worauf sie hinausfällt. Oh, ja, das ist so geil. Du armer, ununschuldiger. Du armer, armer, ununschuldiger. Ja, innocentig, genau das bin ich. Ja, wirklich. Manno. Dennis. Ali. Dennis. Enno. Ja, ich bin fast oben. Ja, ich bin da oben. Du bist oben. Du weißt, es gibt auch so eine... Äh, irgendwer, wo du da gerade erschossen hast. Tötet worden. Juli. Äh... Ben? Ja. Dennis? Enno? Ja? Dennis? Okay, das hat gereicht. Nein, Charlie. Mann. Mir ist erst aufspielt aufgefallen, dass ich... Dass ich Traitor bin. Er hat immer noch gewartet, bis ich oben war. Das fand ich ganz nett. Ja. Oh. Ich bin die ganze Zeit Dennis hinterher gelaufen. Dann habe ich irgendwann einen Schuss gehört. Habe ich geguckt, was bin ich überhaupt? Oh, Traitor. Zack. Ich bin halt nicht immer sehr aufmerksam. Meine Lieblingsverfehl. Meine Lieblingsverfehl. Die Schweine haben mich in der Echt nicht besonders, muss ich sagen, ne? Also es gibt ne Shotgun. Ich habe vorher eine gesehen, als ich tot war. U.M.I. Keine Ahnung, ein Programm, wie mir scheint. Da wird schon geschossen hier? Ja, ich habe auch U.M.I. geschossen. Oh mein. So. Mit der kann ich auch ganz gut gehen. Ne Shotgun! Totgun! Will ich gleich erschossen. Ich habe mich zu sehr über etwas gefreut. Warte, wo bist du denn? Ja, ja, ich lebe. Denas? Das lässt sich organisieren. Das lässt sich organisieren. Denas? 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 Ja. Denas? Schade, Charlie. Sollen wir euch allein lassen? Nein, du sollst ihn mitnehmen. Ich soll ihn mitnehmen? Nimm ihn mit. Wofür denn? Charlie hat doch hier ihren Penis gefunden. Was? Also, Enno. Spring, spring. Hallo? Ich bin angeschossen. Von oben, hey, hey, hey. Ich habe nicht geschossen. What? Ich habe einen Schaden bekommen. Ja, okay. Dann wirst du nicht angeschossen. Ein Schaden ist etwas, das kann man gar nicht mit einem Schuss machen, oder? Ja, das stimmt allerdings. Ja, einen Schaden kann man eigentlich nicht mit einem Schuss machen. Das geht irgendwie quasi gar nicht. Das ist dann wieder Ennos, aber hier mit seiner Waffe. Ja, vor allem mit einer Sniper. Gibt es auf dieser Map wirklich nur eine Shotgun? Du hast so 10 Kilometer zu weit weg. Und dann war das so der Wind, der den Schaden gemacht hat. Ja, logisch. Bin ich nicht. Da Wind, da Wind. Das himmlische Kind. Ich habe es gesehen. Dennis? Ja. Gut. Dennis ist auch der Wind. Njanko, njanko, njanko. Julie hat keine Lust mehr zu sprechen. Ja. Ja, schön. Durch die ganzen Statue, die rumstehen, kann ich auch ein tolles Titten-Thumbnail machen. Yay. Irgendwie mag ich die Meppen. Ben. Ich weiß nicht warum, aber die hat was. Ich mag die Musik, auch wenn die so klein ist, ist die Engel voll süß. So sieht es aus. Ben, wo du gerade vormann weggesniped? Weggesniped? Ja. Enno? Ich habe... Ne. Warum? Warum wird auf mich geschossen? Weil du hier gerade rumgerammt bist. Und du es nicht bei dir anlassen. Du Traitor bist, du Sau, du. Dann ist es noch Enno. Was? Ja. Und warum du nicht? Warum du nicht? Enno ist oben. Okay. Charlie schießt auf mich. Ja, natürlich, du Traitor. Ich bin... Vertrau mir, ich bin es nicht. Das ist mein Ernst. Genau, Dennis. Vertrau ihr. Hast du Juli wiederbelegt? Nö. Was war das denn für ne... Dennis ist tot. Natürlich ist Dennis tot, weil Juli hatte wieder ihre Scheißuhr. Ich habe auf Dennis gezählt. Dass er Enno kalt macht. Ich weiß, ich muss mich gerade so... So jetzt. Er hat Juli getötet und sie war Traitor. Dann ist er quasi so gut wie tot. Ist doch klar. Ja, das war... Das erste, was Juli macht, wenn sie Traitor ist, ist C. Nur ein Fehler. Fertig. Dann lässt sie sich bewusst von wem erschießen. Und dann... Oh, eine Kunstgalerie. Charlie, wo bist du? Ich? Ich bin bei der Kunstgalerie. Du bist ja Traitor, ne? Eine Statue. Ach. Die dich verfolgt. Achso, okay. Ja, deswegen hockst du da auf. Warte. Beweg dich mal kurz nicht. Wir sehen, dass ich mich nicht bewegt habe. Barsch. Ich freue mich auch noch über deine Opfer. Das war ich nicht. Na jetzt. Das... Das habe ich nicht gemacht. Doch nicht. Hm. Oh. Nein! Wir leben Juli nicht wieder! Tu's nicht! Nein! Wo bist du? Federn! Was glaubst du? Ich bin tot! Du brauchst nicht mehr versuchen, mich zu töten! Ich bin tot! Du brauchst nicht mehr versuchen, mich zu töten! Ich bin tot! Ich weiß! Ich war klar, dass ich euch alle fertig mache mit meinen Können! Ja! Schade! Tut mir leid, Enno! Tut mir echt leid! Ich hätte dich nicht wiederbegeben dürfen! Nein, ehrlich nicht! Aber hey! Ich habe immerhin Dennis gekillt! Und... Den anderen! Ben! Den anderen Ben! Den anderen Ben! Ja, echt? Oh, auf wen liegt ihr eigentlich alleine hier? Wie gemein! Der hat mich getötet! Die kann echt schon der Preparing-Site töten, ne? Ja! Total! Ich... Wir müssen die eigentlich rausnehmen, finde ich! Das ist eigentlich schon zu brutal! Aber ich komme mich nicht klar! Benutze die auch nicht! Ja, so! Wovon geht ihr dir? Deswegen ich benutze... Ich bin... Ja! Die Kombulator! Achso! Ja! Obwohl das... Komm... 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 Ich weiß ja, du hast recht! Aber bei der Rolltreppe gehe ich automatisch immer die falsche hoch! Weil die wahrscheinlich dich da dran ist, da ich direkt... Das ist so jeder Kindheitstraum! Macht jedes Kind! Das hat nichts mit Traum zu tun! Ähm... Alles klar! Huli, nein! Hä? Was denn? Kann schweben! Ja, nur... Oh! Tja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Sie hat ne... Wo hast du ne Shotgun her? Oh, oh, ähm... Irgendwer hat sie, glaub ich, das ist Silenced... Waffe... Juli... Silenced? Nein, hab ich nicht! Naja, ich... Ich find... Ich find die Asimov ist ne relativ sehr gesellige Silencede Waffe! Äh... Deswegen hast du die ja nicht grad direkt von meinen Füßen irgendwo hin weggeschmissen, ne? Nein! Hey! Ist Charlie gestorben? Weiß ich nicht! Eno? Sieht doch noch aus, ja! Ich hab sie weggeholt, ja! So? Hm... Sehr schön! So, lieber Mid-Traitor! Ich sehe mich schon tot! Da ich mich sehr offensichtlich verraten habe... Schade, ich hätte Eno zu gern mit weggeholt! Die standen da halt beide so... Günstig! Oh! Ich hätt gern meine Waffe zurück, muss ich gestehen! Ja! Trotzdem nice! Ja, sehr nice! Wie sie fertig sind! Egal, wir haben trotzdem gewonnen! Ja, sich ähnlich! Mit der W-Berry einfach schnell irgendwie auf ne Pistole wechseln oder so, weil die braucht recht lange, um... ...zu schießen! Wie ich doch lesen konnte, wie Eno Schweine schreibt! Was ist ja pünktlich wieder da? Das ist ja gut! Wer war pünktlich wieder da? Du? Ich? Also pünktlich tot! Achso! Ja! Ich war ja vor ihm tot! Oh! Apropos, da war noch so ne Sache mit ner Uhr! Könnte sein, dass du gleich umfällst! Oder auch nicht! Wieso bist du nicht gesch- Ach, weil du umgebracht wurde! Ich glaub, das ist aber egal, oder? Nee, glaub ich nicht! Wenn er tot ist, dann ist das ja was anderes! Ah, okay! Hey, dann ist... Hey! Huch, ich häng an dir fest! Hm, ha, mehr! Ah! Ist das ne Azibut? Hey, danke! Okay! Okay! Weißt du? Die Map ist cool! Ich find sie echt cool! Aber irgendwie ist es gruselig, dass dir die Dinger ständig folgen! Und sie ist ein bisschen klein! Die Dinger! Diese... Ich find das geht voll! Die ist zwar klein, aber die hat genug Möglichkeiten, dass man sich relativ gut... Also, dass man nicht unbedingt sofort gesehen wird, wenn man was tut! Hallo! Ach, Charlie! Leben noch alle! Bist du eigentlich gerade so in die Ecke gegangen? Hä? Weil Charlie ein kleiner Schisser ist und eigentlich immer irgendwo in irgendeiner Ecke hängt und sich versteckt! Was für ne Waffen hast du da? Und dann wollte ich hinterherlaufen und dann häng ich voll fest! Ja? Dann durfte ich ihnen nicht hinterherlaufen! Also, okay! Das sah gerade sehr, äh... Hey, Charlie! Hast du Angst? Hey, Dennis! Hey, Dennis! Hallo! Alles klar, wir werden die anderen vorbeikommen! Okay, Dennis hätte mich schon irgendwie dreimal töten können, hat's aber nicht getan! Nur mal so als Hinweis! Was war das für ein Geräusch? Charlie! Ach, war das süß! Ja, du bist schon echt knuffig, du! Ich rede nicht von mir! Was? Du redest zwar nicht von dir? Ah! Ausnahmsweise habe ich mir nicht von mir gesprochen! Ich hab ne Shotgun! Das ist das erste Mal auf dieser Map, dass ich so Shotgun finde! Während ich lebe, meine ich! Hi, Ben! Lass mich da rauf, lass mich da rauf! Kann man hier eng runter, ist hier ne Leiter? Kann man da runterklettern? Habe ich's nicht ausprobiert, muss ich sagen! Äh, irgendwer hat grad Wut verloren an dein Liane! Das war ich! Na ja! Das war... Kann man da runterklettern? Man kann auf jeden Fall da hochklettern! Ich hab's gesehen! Und da hat bei mir nicht gut funktioniert! Würde ich auch nicht unbedingt probieren! Leben noch alle? Also Charlie hab ich gesehen! Ben läuft da vorne rum! Nein, ich hab ich nicht verletzt! Dennis? Es leben noch alle! Ja, es leben noch alle! What? Krass, ne? Boah, ich kann jetzt die riesige Kugel einfach durchlaufen! Autsch! Hoffe ich auszulachen! Du wirst auch hört! Das ist... Hup! Alter, die Musik dreht voll durch! Musik ist... Ist fagil! Wer snipet da, Enno? Wieso snipest du? Ich snipe nicht! Mhm! Pff! Mit der Pocco war sie gerade aus! So snipe ich auch immer! Es ist ne Rifle! Mit ner Rifle kannst du snipen! Auch wenn sie klein ist! Ey Dennis! Versuchst du dich zu verstecken? Nö! Hockt da da hinter irgendeine Wand! Genau vor mir! Guck mal, ich kann durch diese Kuril durchlaufen! Uuuu! Auf dir! Guck mal! Ach, was ist denn? Ich hab nix getan! Dreh voll durch! Ich bin ein Zauberer! Dreh voll durch! Yeah! Oh! Einer hat die Büsten umgeworfen! Was? Wie könnt ihr nur? Ah, das ist klar! Kaspar Kopfschießen! Das wird er mir... Büsten! Uh! Uh, da hab ich mal wieder einen rausgehauen, ne? Oh! Oh! Da kann man kein neues Loch schießen! Schade eigentlich! Bräuchte eigentlich noch... Warum kommt ihr da alle hoch? Übrig ist grad voll die Vollversammlung gerade! Vollsversammlung! Jetzt kommt Charly mit ihrem... Friendship Beam! Das ist gar nicht Charly! Wieso bist du nicht Charly? Ich wollte jetzt anfangen zu singen, aber ich weiß nicht wie das liegt geht! Das ist das Problem! Going to irgendwas! Going to irgendwas! Stop! 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 Halt, 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 halt! Hä? Komm her! Nice! What?! Ich hab doch gesagt Stop! Wie hast du das denn gemacht? Hä? Eine Taube? Bist du auch gestorben? Einfach mit der... Mit dem Gewehr! Ja, und... Soll ich noch was probieren! Und da direkt hinter Judy war noch ein Slam an der Wand! Oh... Ja, ich... Ja... Deswegen hab ich gesagt Stopp! Sag das nächste Mal mein Name, dann weiß ich Gott, dass ich gemeint bin! Du rennst genau auf mich zu! Du wirst ja wohl... Du wirst ja wohl sehen wer das... Irgendwie hab ich die Runde nicht gemacht! Hab ich nicht drauf geachtet! Das stimmt! Aber irgendwie... Du bist einer von der Liane gefallen! Irgendwie bin ich auch nicht dazu gekommen, die waren irgendwie immer zusammen und man hatte kaum Möglichkeiten diese Runde. Ja, aber am Ende hab ich es ausgenutzt, dass sie zusammen waren! Ja, ich hab mir auch gedacht, nutze ich das jetzt aus, aber meistens verhaue ich, wenn ich das denn ausnutze! Alles klar, du bist Traitor! Was? Etwa nicht? Nein! Egal einer hat die Waffen in Flammen gesetzt! Nein! Yay! Das ist ziemlich assi, wisst ihr? Was? Mit deinen scheiß Brandgranaten! Die gehen einfach auf den Sack, weil man den immer den Weg... Nein! Aber, aber... Nein! Enno, nein! Aber die sind doch so... Nein, Enno, nein! Aber... Nein! Nein, Enno! Nein! Huh! Schradgang! Nein! Aber er hat gar keinen Hintern! Was? 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 Ja, okay, ja, das stimmt! Obwohl man sieht ihn vielleicht einfach nur nicht! Wer hat keinen Hintern? Nein! Er hat auf beiden Seiten zwei... Also, wenn ich in der Mitte stehe, kann ich auf beiden Seiten gucken! Gleichzeitig! Und da... Äh, da dreht sich ja auch mit! Ja eben! Ich kann den Hintern gar nicht sehen! Ja eben! Deswegen sieht man ihn! Achso! Das war... Das war der Haltung! Dafür... Nein, 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 nein! Wieso bist du gehört? Wo bist du runtergefallen? Weil ich die gleiche Aktion gemacht habe, wie du jetzt wollen wir auch! Da runter! Jo! Und da, 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 da! Ja! Ja! Dann... Da, da! Bin lieber Juri! Ja, ja! Achso! Gut, dass ich das jetzt auch weiß! Na, ja, 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 roh, leider! Ja, ja, roh, roh, alter! Ja, ja, roh, roh, alter! Oh, rote! Alter! Jetzt findest du mich nie wieder! Huch! Huch! Versteckt! Huch! Engdarrant immer gegen mich! Ja, das wird! Einmal so kurz muss ich das pflaster abmachen, das ist so nervelig! Ach, Juli? Hm! Hm! Was ist das? Hallo? Hallo? Oh, Alter! Alle aufm Haufen hier! Hallo? Grubbelkuschel! Äh, Kuschelgrubb! Ok, reicht jetzt! Ich will den Hintern sehen, lenkt ihm mal irgendwer anderes ab! Was ist das? Das funktioniert so nicht! Wieso? Das hab ich schon probiert! Aber! Man sieht, Juli und Charlie sind beide sehr wichtig! Das ist ihm peinlich! Sein Hintern ist ihm peinlich! Ach so! Der Rest nicht, aber sein Hintern ist ihm peinlich! Vielleicht ist der... Genau! Er hat ein Wehr! Weil der Falter hat einen hässlich peinlichem Hintern! Ah! Das will er nicht zeigen! Übrigens ist hier grad jemand von irgendwas in die Luft gesprengt worden und es war... Denis ist in die Luft geführt! Dennis war ein Traitor! Ah! Nice! Alles klar! War das vielleicht die Traitor-Falle mit der ich uns auch gekillt hab? Keine Ahnung! Auf jeden Fall hab ich plötzlich bumm gehört! Hinten flog ne Leiche rum und dann ne? Schön gegangen! Hat man den gleichen Fehler gemacht wie ich! Alles klar! Wir haben also nur noch einen Traitor übrig! Äh! Was war das grad für eine Art Granate? Hä? Ich hab keine Granate! Auf jeden Fall ist grad hier ne Granate flogen, die auf mich zu geworben wurden! Aber nicht von mir! Ja! Mir auch nicht! Okay! Hey Dennis! Okay, da wird oben gesnipet! Nee! Nee, nee! Aber am besten sorgen wir dafür, dass er auch nicht wiederkommt! Wenn Dennis tot ist, dann müsste er aber bei dem Schock da getötet worden sein, weil da ist die Traitor-Falle! Oh Gott! Das weiß ich nicht! Oh Gott! Nee, der ist da hinten! Oh Gott! Alles klar! Du weißt Bescheid! Charlie? Ich glaub hier gefällt's ihm ja! Bist du Traitor? So! Nein! Bitte sehr! So! Bist du sicher? Warte, 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 warte! Julie, siehst du mich? Nein! Warte, 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 warte! Ich wollte nur wissen, wo Dennis' Leiche ist! Die hab ich da hingetragen! Ich muss dich sehen! Hm? Charlie versteckt sich scheinbar irgendwo ziemlich gut! Nicht gut war das, ne? Ich hätte gedacht, du siehst mich sofort! Siehst du mich? Ich bin ein Baum! What? Bitte öbchen! Hä? Hä? Also, Charlie hat sich wirklich sehr, sehr unauffällig versteckt! Wo? Also ja, ne? Ich glaub sie nicht gefunden! Sieht man überhaupt nicht! Nicht wahr? Ach, da hinten in der Ecke? Da hat sie einfach ins Gebüsch gehauen! Ja! Die Schilder da einfach! Da wird wieder oben gesniped! Ähm! Ben, lebt auch immer! Ben, nein! Wehe! Ich war ne... Okay! Ach, diese Compolator, die sind so... Ich spiel... Wer ist denn jetzt Traitor? Ich spiel... Ja, keine Ahnung! Traitor-Chan, du lässt dir ziemlich Zeit! Oh, da muss ich jetzt wohl sein! Warum hängt mein Bild hier schon wieder? Juli! Ich hänge eins daneben! Oh, wir sind vor allem! Toll! Das wollte ich! Mein größter Traum! Dealen! Kann man mit einer Schockern echt schlecht! Danke, Charlie! Hier! Ah! Äh! 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 Wer, wer, wer ist jetzt? Irgendwer, ich glaub dann war's wohl Ben! Ich bin... Hey! Ich bin hier oben rein! Äh! Ah! Das bist doch du! Mein Fehler! Ben? Ich sag's auch noch, ne? Der ist dann irgendwo... in dieser Richtung entschwunden... Aber er ist echt sehr fleißig! Als Traitor! Ja! Ich erschrecke mich immer so doll! Und dann erschrecke ich mich auf ein zweites Fahrrad! Ah! Da ist er! Der ist hier oben auf einer höheren Ebene! Das wissen wir alle von Charlies Doppelschrein zu sehen! Nach höheren Ebene! Hier über... Hier hinten in der Ecke! Neben meinem Bild! Irgendwo, weil ich da recht... Irgendwo ist dann ein... Ticken ist etwas! Und das war's auch schon von dieser Folge, würde ich mal sagen, oder? Hey Juli! Jawoll! Geil! Äh! Gut, ähm! Drei ohne... Karte nehmen wir dann mit der nächste Runde. Bis darin. Tschüssi! Bis sehen wir dann! Tschüssi!